Ja, hallo, grüß euch zum nächsten Trailer, zur nächsten Hauptfilm-Ankündigung. Ein Corona-Extra von mir, eine Corona-Extra-Ausgabe zur Gipfel-Krise. Anders kann man es ja nicht bezeichnet, natürlich wieder mit Satiren versehen. Wer es denn schauen möchte, sehr gerne bei VK oder bei Bitshoot und die sich den Trailer bei WIC News TV aufrufen, überhaupt kein Ding, den entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, ab damit uns zu eurer Lieblingsplattform gelangen. Na dann vielleicht bis gleich. Tschüss!